Chris, du warst schon sicher in der Handhaben. Ja. Deine nächsten 80 Tage. Bitteschön, ich hab mir viel Mühe gegeben. Dankeschön, ich bin sehr gespannt. 16. Es sind jetzt sage und schreibe schon 76 Tage, wo ich den Chris Penetrant auf die Füße stehen und sich der Chris Penetrant auf die Füße stehen lasse. Es können immer zwei dazu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.